Okay, Pumpgun-Munition. Ich brauche... Warte. Die auf dem Tisch war explodiert. Okay. So. Okay. Alles klar. Vorbereitung. Jetzt geht's los. Diesmal mache ich ihn fertig. Batterie rein und Action beginnt. Und zurück. Damit ich keinen Schaden nehme. Und los geht's! Ladies and Gentlemen! Jungen und Mädchen! Willkommen beim Schweinenkamp! Ähm... Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen! Wir haben's gegen ihn! Okay. Keine schmutzigen Tricks! Keine schmutzigen Tricks! Du mich auch! Ja! Du mich auch! Au, 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 au! Komm schon! Fuck! Ah! 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 Komm, komm! Lad nach! Alter! Wie kann der denn soweit kotzen? Okay! Ich nehme jetzt rechts! Das stärkt die Position! Boah! 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 Daneben! Einmal! Zweimal! Komm, komm, komm! Dreimal! Viermal! Ja! Nein! Du triffst mich nicht! Komm, komm, komm! Oh, oh! Er ist schon wieder mit! Ja, Mann! Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin! Boah! Du hast auch noch alle Finger und Fetzag ist tot! Fetzag ist tot! Ha! Der war so nicht so, nie mein Favorit! War doch einfach! Huh! Okay. Nein, ich geh nicht hoch! Alles gut! Ich hab's geschafft! So! Hier geht's jetzt auf! Okay! Hier geht's jetzt auf! Okay! Ähm... Hallo? Ist das... Ist das der Ver... Dieser Typ... Ist das der aus dem Video? Sicherlich, so wie es aussieht! Der arme Kerl! Ich mach mal ein paar... Warum nicht? Und nimm die mal! Habe ich irgendetwas vergessen? Nö! Habe ich nicht! Doch! Eins hab ich vergessen! Das ist unten! Oh fuck! Das ist er! Du bist der Nächste! Und... Echt böse! Eine Münze! Und... Leiter runter! Ah ja! Weiß ich jetzt die Nummer? Halt, Moment! Stand da jetzt vielleicht grad die Nummer? Nee, oder? Doch! 1408! Achso! Hä? Aber das hab ich doch vorher eingegeben! Nee! 0814 hab ich eingegeben! Ach egal! Ach scheiße! Ich komm nicht mehr zurück! Ich wollte nämlich noch das Teil da unten holen! Was auch immer das sein mag! Ich will doch alles mitnehmen! Wenn ich mir schon solche Pillen braue, dann will ich auch weiterkommen! Äh, die holen! Alles holen! Alles mitnehmen! Hier hinten! Hier drin ist das! Das hab ich tatsächlich übersehen! Pumpgun Munition! Wie konnte ich sie übersehen? Schande über mich! Schande! Kumpel! Es war 1408! 1408! Haha! Auf! Oh Kumpel! Das ist ein Test deiner Fähigkeiten! Also nicht schummeln! Den Mist den du rumschleppst! Pack das alles weg! Was? Wie? Den Mist den du rumschleppst! Pack das alles weg! Ich darf keine Waffen dabei haben! Ich darf keine Waffen dabei haben! Du kannst mich mal! Und nachher schickst du mir wieder ein Monster! Oh Gott! Ich soll da nackt rein! Oh je, oh je, oh je, oh je! Oh je, oh je! Brauch ich auch keine Munition eigentlich! Aber ein Messer kann ich mitnehmen, oder? Ey, warte mal, ein Messer nehme ich mit. Mein Messer nehme ich wenigstens mit. Ja. Gut, das... Schmeißen wir auch mal rein und den Dietrich nehmen wir mit und das machen wir da hoch. So. Und das machen wir da hoch. Bist du jetzt zufrieden, ja? Ich weiß, wenn du rumschleppst, pack das alles weg. Verdammt! Nicht mal das Messer darf ich mitnehmen. Das ist nicht fair. Naja, egal. Jetzt? Ich weiß, wenn du rumschleppst, pack das alles weg. Ich darf gar nichts mit mir rumschleppen, oder was? Oh Mann. Also gut. Nicht mal Heilung. Gar nichts. Ich muss komplett leer sein, oder was? Die Tür ist offen. Warte mal. Nur mal als Test. Die Tür ist noch immer offen. Ha! Jetzt nehme ich alles wieder mit. Verarscht! Ja! So. Also gut, was ist nämlich alles mit? Granatenwerfer nehme ich nicht mit. Auf jeden Fall nehme ich meine Pistole wieder mit. Das ist die Verteidigungsmünze. Mein Messer. Äh. Flintenmunition. Pistolenmunition. Brandgranate. Ach, das ist die falsche Pistole gewesen. So, die mal wieder weg. Äh. Flinte. Unterflammenwerfer. Ja. Genau. Jetzt habe ich alles wieder. Und die Tür ist noch immer offen. Verarscht! So. Okay. Gehen wir rein. Fuck! Nein! Ich dachte, ich kann ihn verarschen! Ah! Ja, ist ja gut. Ja, ich habe nichts mehr. Was liegt denn da? Ein Ballon? Wieder mal. Schön! Verdammter Penner! Was hat er denn da? Ja, das ist die Kerze. Wir haben das Video gesehen. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir müssen jetzt einfach hier so laufen. Okay, das müssen wir erst machen, wenn wir Licht gemacht haben. Das Ganze, was wir im Video gesehen haben, müssen wir jetzt quasi wieder nachstellen. Happy Birthday! Blablabla, willst du nicht was sagen? In Ordnung, was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl, bitte! Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ja. Ich weiß aber... Warte, wie war das nochmal? Äh... Die Glocke... Die hängen... Der hängende Mann... Äh, die Glocke... Genau. Und... Der Embryo. Ja, hast du gedacht, hä? So. So, dann mach ich das hier an. Was? Wow! Boah. Wollt schon sagen, bei mir geht's jetzt nicht an, oder was? Danke für den Finger. So. Das war das. Jetzt brauche ich noch... ...das hier. Liederliches Teil da. Das ekelige Ding. Boah. Okay. Es kommt kein Wasser. Das wissen wir. Jetzt müssen wir das Teil waschen. Sehr schön. Äh, nee. Ja, ja. Ah ja, das hätten wir gar nicht gebraucht. Egal. Ah ja, das müssen wir verbrennen. Da spielt auch immer das gleiche Spielchen, ne? Ja, du hast recht. Das brauche ich eigentlich gar nicht alles machen. Da hast du recht. Äh, die Kerze. Da ist der Ballon. Den Ballon brauche ich aber. Ach nein. Brauche ich auch nicht. Ich weiß ja, wie die... Loser. Weiß ich ja auch noch. Zum Glück ist es ja noch nicht so lange her. Und das habe ich jetzt auch. Das Ventil. So. Ventil rein. Drehen. Happy, happy, happy birthday. So, jetzt. Weg, 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 weg! Guck's dir doch nicht an! Idiot. Wer wusste doch, dass sie explodiert. Boah! Fuck! Rein damit! Schneller, schneller! Reiß das Ding weg! Reiß es weg! Schmeiß es rein, schmeiß es rein! Okay! Jetzt nichts wie weg hier! Ab in die Ecke! Also, das sollte... Jawoll! Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal! Morgen, Bern! Geh' an! Ah, ich weiß ja! Es gibt nur einen Weg hier raus! Aha! Wo ist der? Mist! Was ist das? Ist das? Was ist das? Was ist das so, Martian?